Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach Filme in voller Länge streamen könnt und das Ganze sogar kostenlos. Ihr könnt das sowohl über euer Handy, über euer iPad bzw. Tablet als auch über den PC machen oder auch über den Laptop. Also hier sind euch keine Grenzen gesetzt und zwar gehen wir dafür einfach einmal auf Freeview. Zur Erklärung, Freeview ist eine kostenlose Streaming-Plattform von Amazon, die sich durch Werbung finanziert. Drücken wir hier einmal drauf und hier sehen wir tolle Serien und Filme. Ihr seht jetzt hier steht Prime Video, aber das ist hier Freeview. Genau und hier können wir ganz einfach Serien oder auch Streaming kostenlos gucken. Je nachdem, was wir gerne sehen wollen, können wir hier natürlich auch danach suchen. Wir haben hier zum Beispiel Scream und dann steht hier mit Werbung ansehen, kostenlos mit Werbung auf Freeview. Das Ganze geht. Wir haben hier Naruto, was hier gerade sogar live läuft. Also relativ viele Sachen, die wir hier einfach kostenlos streamen können. Das Ganze ist komplett egal und ja, mehr wollte ich euch dazu auch gar nicht sagen. Ich wollte euch unbedingt hier diese Webseite vorstellen, weil sie ist denke ich mal für viele was, die sich zum Beispiel kein Prime Video oder kein Netflix leisten wollen. Dafür könnt ihr hier ganz einfach Filme gucken, immer mit ein klein bisschen Werbung da drin. Das ist aber völlig okay und dann würde ich sagen, das war es jetzt auf jeden Fall von mir. Ich bin damit raus, haut rein und ciao.